Oder seh ich mich nicht? Hä? Gut Wo sind die denn? Oh So, der ist schonmal weg Drei Vollmodus des Sturmgewehrs umschalten Der ist meiner Ach, Panzerfaust am Fenster, jetzt hab ich's verstanden Und zu spät verstanden, tot Oh, ich war so gut gerade Bravo, tu, ihr habt Feuererlaubnis Kämpft euch bis zum Zielfahrzeug vor Angriff Angriff Geh mir nicht auf Sack Sanitäter Feind setzt Leuchtkörper Rechnet mit Verstärkung Hallo? Ich seh doch nichts Ich komm jetzt aber, oder? Ich komm jetzt aber, oder? Oh, Panzerfaust Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich ihn noch nicht Los 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 Wo sind sie denn?! Da ist noch einer Erwischt ja super lädt er in dem moment nach toll dann kommen wir nicht dran von hier auch nicht doch da sind welche einfach weg sprengen super ich will mein altes ich checke gar nichts wo sind sie denn das war's ach so das war's da ist noch ein punkt los er hat eine bombe wo ist mein team da ist mein team wo kommen denn da raus so da war noch einer lad nach wie gesagt ich spiele so spielen eigentlich nicht so oft aber ab und zu doch so gemessert da kommt noch einer na toll toll nur weil ich meine waffe nicht mehr hatte penisse schon wieder ja toll soundback gute idee nein gerade liefert so gut habt ihr alle niedergestochen und jetzt die scheiße hier ja ich weiß ja ich weiß super da hinten sind noch welche sehe ich gerade und zwar da sind drei stück da waren drei stück granate granate da da habe ich auch eine menge lenkt mich am arsch ja komm lad nach hier drüben da so ein wichser mich gerade gekillt als er den super lauf hatte jetzt habe ich angst schnell nachladen da ist keiner mehr gerade war noch hier oben da bin ich auf dem dach aber ich glaube die sind schon runter gelaufen ja hallo oh halte durch versteck mich einfach halte durch wir müssen sie abwehren bis sie hier sind wo bitte und stinken in deckung scheiße wann kommt endlich der feuer auf grad oh nein und bleibt noch etwas aus der schusslinie von dem weg verstanden oh ne ist da keine wappen mehr drin das ist ein feldstecher ach so das ist das cool er wird doch nicht doch er wird rechte maus hast du mit feldstecher so um ich sehe überhaupt nichts malo du musst die ziele markieren mit einem feldstecher hier los oh oh malo du musst die ziele markieren hier 061 sind noch zwei meilen entfernt rohre sind geladen beeil dich malo beeil dich malo beeil den himmel im auge ziele bestätigt abwurf in drei zwei eins boah krass bis hier abgeht das wird spuren hinterlassen leck mich im arsch jau ziele getroffen vollpfeffer frohe weihnachten barotu man das war wunderschön danke los das fahrzeug des ziels muss vor uns sein boah geiler panzer mg in dem haus oh ja ich seh das schon ok das ist der gegenangriff glaube ich mg in dem haus seh gar nicht tot soll sein na gut zwar nicht verstanden warum jetzt das ganze haus zusammen geklappt ist aber ok passt ey jetzt geht doch funzt doch es funzt so ein blick auf die karte kann manchmal nicht schlecht sein muss ich doch schon sagen mein auto ne vielleicht nicht so toll ja wo denn ja wo denn